Na hallo zusammen, mich hier ist wieder heutzutage und heute bin ich wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar gibt es heute wieder so ein kleines Opening Video. Wir wollen nämlich wieder in den Great Vault einmal reinschauen und zwar mit nicht nur einem Char, sondern mit ein paar mehr. Diesmal haben wir glaube ich sogar fünf Chars. Ich habe nämlich noch einen weiteren mit dazu genommen, mit meinem Schurken, den werdet ihr nachher auch mal sehen. Da dürften wir auch das ein oder andere Item drin haben und ich würde sagen, wir starten mal rein. Ich stelle als erstes mal den Loots back um, denn wir wollen nicht ein Gleichgewichts-Item, sondern ein Wächter-Trinket am besten. Und ja, da würde ich sagen, schauen wir mal rein. Ich könnte ja noch das ein oder andere brauchen. Mit dem Main war ich glaube ich letzte Woche nicht in Raid durch, aber ich habe ein bisschen PvP gemacht. Und jetzt gucken wir mal, was haben wir denn Tolles drin? Wir haben ein Trinket drin, was macht folgendes. Das hat ein bisschen Agi drauf, erhöht eure Rüstung um 393, generiert alle zwei Sekunden 1.500 Gesundheit. Aber, ach du Scheiße, was ist denn das für ein Rotz-Trinket? Okay, also das will ich auf jeden Fall nicht haben. Und dann habe ich jetzt zwei PvP-Teile zur Auswahl. Mittlerweile habe ich, kriege ich jetzt hier einen 2.13er Teil, ist natürlich für mich auch uninteressant tatsächlich, weil ich da natürlich Besseres habe. Aber, fürs Transmog werden die Sachen natürlich schick. Da bin ich jetzt gerade so ein bisschen im Überlegen, ob wir da vielleicht eins mitnehmen von den beiden. Komm, wir nehmen mal die Brust mit. Die wird mich nämlich beim Händler mehr kosten. Habe ich zumindest ein PvP-Transmog-Teile mehr. Kann ja sicher nicht schaden. Und was haben wir für den Kiki gekriegt? Nekrotische Schneise auf Stufe 14. Das PvP-Set, da bin ich nämlich noch ein bisschen hinten dran tatsächlich. Das Aspiranten-Set habe ich. Vom Editha-Set habe ich jetzt auch ein paar Teile, weil ich ja ein bisschen Rating hochgespielt habe. Aber hier das Gladiator-Set, das versuche ich jetzt immer noch so nebenbei mitzukriegen. Und immer wenn ich hier aus den anderen Reihen nichts habe, dann nehme ich einen Transmog-Teil quasi vom PvP-Bereich mit. So, dann switchen wir mal. Mit den anderen Shars müsste ich ein paar mehr Items zur Auswahl haben. Und zwar switchen wir jetzt mal auf meinen zweiten Druid hier rüber. Und dabei machen wir hier mit dem Monk noch was auf. Ich müsste überlegen, aber ich glaube mit dem Monk habe ich neun Bosse im Raid umgehauen, oder? Jetzt muss ich mal gucken. Ich bin mit so vielen Shars im Raid gewesen, das ist gar nicht mehr genau weiß. Okay, was haben wir hier drin? Wir haben einmal drin einen Hals, den brauchen wir nicht. Dann haben wir einmal Hände, brauche ich auch nicht. Und dann haben wir hier noch einen Waffentoken. Ja gut, das brauche ich auch nicht so wirklich, aber besser als nix. Nehmen wir das Waffentoken mit. Das haut mich jetzt leider nicht vom Hocker. Mal gucken, dann kann ich vielleicht noch irgendeinen Zweitransmog oder so für holen. Ist jetzt nichts Gutes, aber zumindest kann man es halbwegs brauchen. Okay, dann loggen wir da mal um. Und zwar gehe ich dann auch auf den anderen Druid hier rüber. Schauen wir mal. Also ich bräuchte halt im NHC unter anderem den Kopf noch. Im HC brauche ich auch noch den Kopf als letztes Item, dass ich da nicht mehr rein muss. Und deswegen bin ich letzte Woche da schon mit zwei Shars komplett durch. Und mit zwei anderen Shars bin ich so halb durch, glaube ich. Jetzt gucken wir mal, was der Aluna drin hat. Ich glaube mit dem habe ich auch ein paar Bosse umgehauen. Okay, was haben wir hier drin? Wir haben einmal die Schultern drin, dann haben wir den Rücken drin und wir haben ein Trinket. Nichts von alledem brauche ich. Jetzt bin ich mal überlegen. Ich habe die Schultern schon besser, den Rücken schon besser. Oh boy, das Trinket, das brauche ich eigentlich auch nicht wirklich, ne? Komm, dann nehmen wir hier Stiegear. Stiegear kann ich ja zumindest insoweit brauchen, Ja, dass man mit dem nächsten Patch anscheinend sich Twinket kaufen können soll. Also 200 Item Level über Stiegear und ja, vielleicht kann ich es ja mit dem einen oder anderen Char dann einmal sinnig verwenden. So, dann locke ich jetzt mal noch auf meinem Schurken rüber. Das war jetzt, glaube ich, Char Nummer 3. Gucken wir mal. Ich habe meinen Schurken nämlich mittlerweile ja auf der Maximalstufe und war mit dem ein bisschen fleißig und habe schon bei den Wendchen ein bisschen Ruhmstufe hochgeballert und war auch ein bisschen mit meinem LFR unterwegs, denn ich brauche bei den Wendchen noch einen Dolch und das kann ja leider meinen Monk nicht looten und dementsprechend war ich mit dem dann nochmal unterwegs und mal gucken, vielleicht kriegen wir da was raus. So, dann schauen wir jetzt aber meinen letzten Druid noch an. Und zwar müsste der auch ein paar Items aus dem NHC drin haben. Dieser verdammte Kopf, das kann ich mir doch nicht erzählen. Jetzt habe ich mit so vielen Char diesen blöden Raid wieder durchgeballert und der Kopf ist wieder nicht drin, ne? Sagen wir hier, Gürtel, Hände und einen Hals. Tja, das brauche ich halt alles nicht. Mit dem Char bin ich tatsächlich schon besser equipped. Dann würde ich sagen, nehmen wir hier auch das Stiegear. Holy moly, gib mir wenigstens den Dolch mit dem Rogue, ne? Das war ja mal so eine richtige miese Ausbeute, aber das ist halt immer das Problem, wenn einem noch ein einziges Item fehlt, ne? Dann wird es halt immer ein bisschen blöd, weil man dann teilweise x-mal gar nichts als Fortschritt bekommt. So, dann sind wir mit dem Rogue auch eingeloggt. Mit dem bräuchte ich jetzt halt einen Waffentoken. Drückt mir die Daumen. Ich war, da der hier ziemlich Kackgier hat, ne? War ich halt nur im LFR unterwegs. Aber ist egal, Waffentoken ist quasi, ja, in allen Stufen bis auf Mythic gleich. Oh boy, ist das das Waffentoken? Ah, ein Waffentoken, sehr schön. Zumindest das. Also dann muss ich mit dem Schurken schon mal nichts mehr machen. Ich brauche nämlich nur ein einziges Waffentoken, um mir einen Dolch bei den Ventil kaufen zu können. Und dann hat sich das zumindest schon mal erledigt. Den Kopf haben wir leider wieder nicht bekommen. Heißt, ich muss die Woche wahrscheinlich noch mal irgendwann NHC beziehungsweise dann auch HC laufen. Dementsprechend sind wir da noch mal ganz gut gebunden im Raid. Das dauert halt immer so einen ganzen Abend, ne? Wenn ich da komplett durchlaufen will. Nur für ein Transmog-Teil. Aber naja, ich bleibe auf jeden Fall dran. Und ja, dann würde ich sagen, ähm, sehen wir uns nächste Woche wieder. Ich hoffe, dann gibt's besseren Loot. Vielleicht auch mal nochmal ein Upgrade-Item für den Main und nicht nur den Transmog-Teil. Und ja, dann sehen wir uns in der Woche wieder. Euer Tela. Bis dann. Äh, ciao.